Kaiserslautern Entführungsdrama in Kaiserslautern Ein Vater holt seine fünfjährige Tochter aus der Käthe ab und kündigt an, sie zu töten. Nach stundenlanger Suche wird die Polizei in den Niederlanden fündig. Der 39-jährige Mann hatte vormittags seine Tochter aus einer Kindertageseinrichtung abgeholt und war mit unbekanntem Ziel davon gefahren. Dann drohte er damit, sich und das Kind umzubringen. Die Fahndung der Polizei mit zahlreichen Beamten, einem Hubschrauber und Suchhunden dauerte bis in den späten Abend an. Das Polizeipräsidium Westpfalz informierte auch die Polizeibehörden im benachbarten Ausland und wurde von diesen unterstützt. Die Vermissten wurden dann am Mittwochabend gegen 22 Uhr von der Polizei in den Niederlanden aufgegriffen. Vater und Tochter waren unversehrt, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und die Polizei gemeinsam mitteilten. Beide wurden vorsorglich ärztlich untersucht. Polizei und Staatsanwaltschaft werfen ihm ein versuchtes Tötungsdelikt vor, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Ermittlungen dauerten an. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.